Pflanzen sind nicht nur Wirkstoffe, man kann sie nicht reduzieren auf Wirkstoffe, das ist reduktionistisch. Und unsere ganze Medizin basiert auf reduktionistisches Denken. Was wir nicht wissen als Materialist, als Materialistin sind, ist, dass es auch eine geistig und seelische Dimension bei den Pflanzen gibt. Man kann sich das vorstellen wie ein Handschuh und da ist so Geist und Seele drin beim Menschen. Bei der Pflanze ist der Handschuh wie ein Gummihandschuh, sagen wir mal, ausgezogen, umgestülpt und die Pflanze hält den Handschuh von außen. Die wahren Gurus sind die Pflanzen und sie stehen da in der Wonne, in der Wonne des Seins. Sie sind heil, während wir abgesondert sind, wir sind Mikrokosmen und wir stolpern leicht in Unheil und Ungesundheit hinein. Wenn der Mensch sich einstimmt auf die Pflanze, sagen wir auf einen Baum, dann hat er die Möglichkeit in diesen Zustand hinein zu kommen. Der Zugang zu den Pflanzen ist nicht nur abstrakt, dass man es denkt, sondern der Zugang ist hauptsächlich durch die Sinne, aber alle Sinne. Es ist auch wichtig, diese Kommunikation mit den Pflanzen neu zu etablieren, denn sie gehören zu unserer Welt, zu unserem Leben, sie sind Teil von uns. Das ist auch wichtig, diese Kommunikation mit den Pflanzen neu zu machen. Untertitelung des ZDF, 2020